ich arbeite lieber hier mit diesem mit mit diesem zeug als halt mit dem anderen also als auf irgendwelche charaktere zu gehen keine ahnung wieso weil ich mich da halt mächtig fühle ich weiß es nicht was ist das jetzt wenn du springst so läuft das aha ich dachte das ist okay ist da geht dinge aber nein du musst da halt bloß vernünftig oben drüber springen ach so und jetzt kriegen wir hier unseren bomber bier oder wie er hieß vom bomber bier bombardier ach guck mal deswegen sind auch diese schlösser gewesen du musst eine quest erfüllen damit du diese dann dir kaufen kannst ist ja auch natürlich nicht schlecht karotte komm her in meine inventory und so ich brauch dich doch ach ja guck mal jetzt muss ich da unten ja so ein fetter yeti sein oder ein anderer dicker troll oh metas traurig metas muss rein so ok dann haben wir jetzt kommt der hier wieder haben wir auch ok also ist das auch schon gegessen das ist gegessen ok jetzt gehen wir hier einfach schnurzstrax gerade nach oben gerade nach norden wenn wir da so weiteres sind kommen ich finde das immer schade dass wir jetzt hier nicht einfach so ohne weiteres drüber springen können weil hätte ich mir nämlich da diesen komischen braunhaarigen jungen geholt ja aber hier ist irgendwie so eine unsichtbare barriere da kann ich nicht einfach so rüber springen was sehr schade ist und bedauerlich aber nun gut wenn das spiel es so nicht will dann will das spiel es so eben nicht dass das klar ist aber mal hier ach so das war die quest mit der vogelscheuche ich konnte man nicht klären nicht lösen nicht endgültig ich bin verwirrt ich bin verwirrt das ist verwirrt so ja komm schon komm auf mit dir auf mit dir das ding hier so alter schuppen mit zahlen hier so ok da kommt er da kommt er angerannt hallo 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 wie sieht es mir aus bein na da fehlt ein r und der wollte eigentlich brian heißen aber anscheinend er doch nicht so das hätten wir ich sag mir jetzt nicht dass ich jetzt hier nicht runter komme ach Gott sei dank das war auch der einzige grund ich wollte auch hier dem typen seine pastete geben was jetzt was jetzt was jetzt schwiegermutter ist in der stadt schwiegermutter ist in der stadt äh Brot 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 wo hab ich das ganze Brot gelassen verflucht ach verdammt mir fällt grad prompt wieder ein das ist mich verarschen ich glaub ich hab das ja äh verwendet um Dings zu bauen äh hier diese bögen oder die ganzen dat ist doch scheibi jeije ćeicon keister scheiben kleister scheiben kleister das macht doch kein spaß soweit wie viel brötchen sind bei der netze 46 46 brote zum ersten so und ich bin mir jetzt mal eine sache einmal jetzt haben wir hier erst mal wir alles voll auseinander genommen jetzt kann man erstmal mit der hier ist für mich schon eine belohnung aber wer würde noch eine belohnung ablehnen es gibt ein gerät namens sparten das wie du dir denken kannst ich habe hier etwas das die gesundheit wieder herstellt das kannst du haben wenn du mir sowas schmied ich weiß es nicht aber 100.000 herzen regenerieren na bitte so da haben wir unseren ersten sheet könnten wir jetzt aktivieren brauchen aber natürlich erst mal nicht so jetzt gehe ich hier gleich mal wieder rein rein hypothetisch gesprochen müsste jetzt hier eigentlich alles wieder voll sein und es ist so wie geil so okay dann machen wir mal hier wieder das lagerhaus aus dem lagerhaus machen wir jetzt keine ahnung wir ordnen wir sortieren es in unser inventar hinein und ich dachte die gibt uns irgendwas keine ahnung dass wir dass wir quests finden oder sowas obwohl die quests finden das brauchen wir ja auch nicht mehr das haben sie ja jetzt hier mehr oder weniger abgeschafft gehabt durch dieses dass man nach der quest also nach der hauptquest dann direkt hier schon die ganzen ereignisse angezeigt bekommt ach so jaja schwiegermutter und so und ja dankeschön vielen dank spasiba oh shit guck mal jetzt haben wir hier noch einen weiteren shit äh äh shit einen weiteren sheet was jetzt wenn du nicht zu viel zu tun hast könnte ich dich wohl bitten mir ein paar mitrill tanz schuhe zu schmieden verrate es ihr nicht aber meine frau hat zwei linke füße und diese schuhe machen aus jedem einen profi tänzer dafür schenke ich dir dieses ding das dir für besiegte bösewichter stats gibt okay cool also jetzt noch mal zum festhalten wir können wir sollten wir müssen oder wir sollten wir sollten alle quests annehmen und äh wir haben hier noch eine wir haben hier noch eine quest genau danach habe ich gesucht würdest du mit mir handeln ja komm hier also wir haben hier zwei einmal hat bietet er uns dann noch einen sheet an also wir brauchen einmal die tanz schuhe und dann bietet er uns wahrscheinlich noch einen an oder wie soll ich das jetzt hier verstehen vorlauter hammer okay also wir haben jetzt wir sollten das sollte ich nochmal so festhalten wir sollten immer alle quests erledigen diese quests die sind meist quest reihen und wir könnten dann beispielsweise dann auch so eine cheat quest dadurch dann freischalten und das ist natürlich ziemlich nice das zu wissen denn da braucht man nämlich nicht nur zu den roten aktuell roten quests hinlaufen und hoffen dass man die dann gleich erledigen kann sondern ja also man sollte einfach auch die anderen machen dann kriegt man unter anderem auch die dementsprechend gleich das mit rie zeug zusammen dann kann man das unter anderem auch schon erledigen so außerdem wenn man 100 prozent haben möchte sollte man eh alle quests machen aber das lohnt sich doch dann auch jedenfalls mal richtig so okay also soll ich die jetzt mit einem ja okay ich dachte ich soll die jetzt einfach treffen so oh hier guck mal da kann ich hier mit bofu ein bisschen noch rum hantieren ja nein ach man ein paar diamanten wir hätten uns auch gut getan hätte ich jetzt einfach mal so behauptet so oh hier guck mal da 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 das ist auch nicht schlecht und ah ja ach schade smaragde sind heute anscheinend auch nicht mehr so im angebot für mich so und wieso kann ich das jetzt hier nicht machen und streng dich anmelde das so das wird mal auch leck mich doch am arsch das kann nicht sein warum 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 tust du so etwas oh man ey jetzt bin ich aber echt zu langsam raus okay Quelle 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 hast du hier gerade Schleichwerbung Mädel Quelle gibt es doch gar nicht mehr die sind doch pleite gegangen gefunden auf otto.de wow Hilfe ja ich bin ernsthaft ich ersauf in dem Wasser in dem Wasser ersauf ich im Ernst Quelle 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 Okay so ich möchte jetzt hier noch den äh die Saphire mitnehmen so das haben wir und jetzt quatschen wir nochmal mit der guten Tante Quelle 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 sieh dir mal die Quelle an ach nein das kannst du nicht denn da ist keine Quelle weil auf alle Fälle sich niemand drum gekümmert hat könntest du mir nicht vielleicht an dieser Stelle eine neue Quelle bauen dann könnte ich aufhören zu reimen aber selbstverständlich so jetzt wollen wir mal uns der Werkbank betätigen bemächtigen und eine Quelle bauen so das wird wahrscheinlich ganz einfach ein Brunnen so dass die gute Frau endlich aufhört zu reimen Quelle 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 so äh ja das Gras da so ich finde die auch sehr süß dass wir hier äh selbst das Gras platzieren müssen oder den Rasen wie ordentlich die das bauen ich hätte jetzt hier so ein Vierecken äh gebaut ja als Brunnen aber das ist ja richtig fies gewesen ach guck mal ich kann das Ding auch sogar drehen haha cool das sagt man mir aber auch sehr früh äh das ist das hier ne und dann ist das und das ist natürlich auch und das ist natürlich auch Alter wie geil das ist ich wünschte ich wäre jetzt nochmal 6 Jahre alt Melle eine neue Quelle ich 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 Quelle Überfordankbarkeit ich äh finde keine Reime mehr auf Quelle hat aber Spaß gemacht oder? Melle Schelle Pelle Kelle Telle Felle und so weiter und so fort auf alle Felle äh knall ich dir noch eine mit meiner Kelle und Schelle und so naja okay so Melle was willst du? mein Leben lang war ich ein Fischerhobbit warum höre ich erst jetzt von dieser Mitril Angelrute angeblich macht sie Fischen zum Kinderspiel ich bin gerade etwas beschäftigt könntest du mir wohl eine schmieden nicht umsonst natürlich ich gebe dir dafür etwas mit dem du schneller bauen kannst wiii schneller bauen na bitte hier ist wieder so ein Shitool halt Moment mal oh warte mal hier guck mal guck mal was denn da da was denn da da hier guck mal da muss der in in der Nacht muss der in aber das warte mal da Morgul Klinge war das das war hier verklein das war dieses Dingens ja ok Morgul Klinge bla süß so wir holen uns jetzt noch das Dingens das Ding holen wir uns und den Bauplan die beiden Sachen holen wir uns jetzt auf jeden Fall nochmal eben mal so auf die Schnelle ok ok erst einmal das einfache ich finde diesen Schatz nirgends ich finde diesen Schatz nirgends das ist die Frage das ist die Frage wo ist hier der geheime Code der geheime Code sagt das mir mal jemand so die Vogelmutter aus Stein sie ist auf der Hut ihre Kinder bewachen den Höhlen schlüssig Hut ah warte mal rot grün ganz hinten war blau ne in der Mitte war blau Mitte war blau rechts war rot und links war grün so so was yes haben wir haben wir so Kurzeit Gedächtnis for some win Entwurf freigeschalten und ein Mitri Megapult Na bitte Au da schlage ich mir auch glatt mal mein Fötchen an hier mein 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 Fötchen so set mal ok also das haben wir jetzt ist bloß die Frage Meltas wie kommen wir da hoch nein ach ach war das wieder ah das war so richtig da hast du richtig gefühlt so wie ihr brützt fail fail ich möchte nichts sagen aber wir brauchen einen Elm das ist ja auch richtig frech ja also wir hatten die Elm so extravagant gemacht dass die hier überall lang hüpfen können verstehe ich eigentlich gar nicht ja das sind ja auch eigentlich nur so ne Pups Gesichter so ok also wir könnten hier oben halt Moment mal da oben ist auch noch ein Plan eine Blaupause vielleicht für die Tantschu oder auch nicht Eisen na bitte haben wir ein bisschen Eisen wir sind reich reich an Eisen yes ok wir kommen abrinnen das Ding und hier wäre eigentlich dann auch noch ein Quest ey du kannst mir jetzt nicht sagen dass das boah ich bin des Wahnsinns das ist Wahnsinn das ist Wahnsinn das ist Wahnsinn jetzt bin ich jetzt verarschen wieso komme ich jetzt hier raus und nicht da vorne wo ich es eigentlich erwartet hätte ja so sieht das aus so sieht das aus oh jetzt bin ich mal gespannt ah ich dachte ich kann das Ding da einhauen ja auf 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 Vielen Dank.